Willkommen zurück zu einer neuen gruselbärigen Folge Five Nights at Freddy's Security Breach. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz gruselig mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die unheimlichen Menschen, die das letzte verstörende Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ja, wir wissen jetzt, Roboter sind böse. Dieser Roboter schwingt einen Mob des Hasses. Und deswegen geh weg, Roboter. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Und wenn ihr da draußen mich ein wenig unterstützen wollt, ihr wisst ja, wie es geht, einfach nur eine kleine Bewertung da lassen. Geht ganz schnell, dauert nicht lange, versprochen. Geh ich ja durch. Okay, hier drüben ist eine Tasche. Die will ich eigentlich ganz gerne haben. Ich geh mal ran. Und lang mal rein. Wow! Was zum... Oh mein Gott! Ich will keine Süßigkeiten! Chica! Oh nein, 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 nein. Schau hier ja nicht rein. Alter, die alte ist so widerlich, unheimlich, ne? Okay, okay, ich möchte kein Candy. Es tut mir leid, aber ich hab keinen Bock auf Candy. Yay! Ein Namensshirt. Mülliges Merchandise. Genau sowas hab ich mir gewünscht. Wo ist sie dann? Lass mich hier rein und ein bisschen undercover. Wo geht die hin? Die kommt wieder runter. Okay, wir gehen mal nach oben. Oh Gott, ich hasse Chica. Die ist die Schlimmste. Die ist sowas unangenehmes. Was haben wir denn hier? Superstar! Daycare. Okay, jede Menge Merchandise. Um was geht es in dem Spiel? Nun, es geht um Produkte, Produkte, Produkte. Du sollst kaufen, kaufen, kaufen! Alles, was geht. Einfach alles einkaufen, was geht. Boah, ich muss sagen, jetzt mit dem neuen Update, es läuft deutlich besser. Also heute kam ein großer Patch, fast vier Gigabyte und seitdem ist die PC-Version deutlich angenehmer. Okay, der Mondmann und die Sonne. Und? Freddy, ich habe das freie Gift gefunden. Äh, es ist ein schreckliches Mr. Hippo-Fridge-Magnet? Lame. Richtig lame. Ich bin sorry, Gregory. Ich bin wirklich sorry. Okay, gab es oben noch irgendwas Geiles zum Mitnehmen? Das Geschenk ist ein Magnet. Aber ein Magnet ist eigentlich geschenkt gar nicht mal so kacke, oder? Es gibt Schlimmeres im Leben. Es gibt deutlich, deutlich schlechtere Geschenke. Wow, Achtung. Ei, ei, ei. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Die Mall hier an Dead Rising 1. Wow, Gott! Wow, 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 was ist hinter mir? Ich weiß es nicht, ich gehe hier rein! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht gucken, bitte nicht gucken. Geh weg. Geh einfach weg und mach dein Ding. Magnet, Freddy. Scheiß Magnet. Wir wissen, was der große Preis ist. Werbemüll, Freddy. Werbemüll. Okay, kann ich hier durch? Yes, was haben wir hier? Sachen zum Umstoßen, das wollen wir jetzt nicht. Oh, ein Bärli-Mülleimer, wie süß ist der denn? Die Sachen sind alle so putzig hier. Und guck mal hier, eine Schaumstoff-Kuschelpizza. Eine Schmuse-Pizza. Okay, hier ist ein Weg. Ah, Upgrade Machine. Okay, das Ding macht keine Magnete. Friss, Mr. Hippo. Yes. Rechenmagnet, den ich nochmal mitnehme. Ich meine, er war immerhin mein Gratis-Geschenk. Hola, Chica. Okay, die Bots sind nicht unbedingt die hellsten, ne? Ich will eigentlich nur das hier mitnehmen. Oh, Dreck, sie kommt. Okay, wir müssen nach oben. Immer schön cool bleiben. Zu dritt nur für Angestellte. Bist du nicht sowas wie ein Promi? Ein Superstar der Szene. Moment, falscher Weg hier lang. Hier war Daycare. Superstar Daycare. Pickup. Was ist das hier? Eine Kindertagesstätte. Ich hätte voll gerne eine Taschenlampe. Das würde einiges angenehmer machen. Oh nein, Mr. Sun. Noch was zum Mitnehmen. Und hier ist Mr. Mond. Okay, hier ruckelt es wieder ein bisschen. Aber, wie gesagt, deutlich, deutlich besser. Oh, geil, ich kann hier speichern. Gibt es eigentlich Kontrollpunkte, oder muss man sich wirklich jedes Mal hier sein eigenes Schaffen, indem man speichert? Okay, das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Okay, wo finde ich denn... Hey, 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 Moment! Okay. Alles cool. Ich trau der Sache irgendwie nicht. Moondrop. Sleepy Time Candy. Geil, Mann. Schlaftabletten und... Zucker in einer Pille. Das muss man auch erst mal finden können, oder? Könnte von Greis Industries sein. Och nein, wir müssen wirklich durch die supergeile Pfannröhre... Slide into the fun. Wow, das hat Spaß gemacht. Mr. Sonne, bist du freundlich? Okay, Mr. Sonne ist echt... Are you having fun yet? Are you? Are you? Mr. Sonne! No, no, no! What a mess! Oh, it was the bottom! Where is the top? Where is the top? Where is the top? Where is the top? Nothing! Gott, was für ein Freak! Mr. Suncare! Okay, okay, warte, wo wollen wir denn genau hin? Er hat mich schon wieder! Okay, warte, 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 er scheint ja... Kannst du nicht mal aus der Sonne gehen? Hey, Kumpel! Ah, da drüben wollen wir hin. No, no, no! What a mess! Oh, it was the bottom! Where is the top? Was ist das hier? Brauchen wir das? Okay, hier kann man speichern, aber... Einsammeln. Oh, eine Taschenlampe! Halte E gedrückt, um deine Taschenlampe aufzuladen. Aber Vorsicht, das Aufladen dauert seine Zeit. Alles dauert irgendwie seine Zeit, ne? Aha. Der sieht mich doch, oder nicht? Gott, dieser Freak! Wie ich Mr. Sunne hasse! Okay, Sicherheitsabzeichnern öffnen die Nummer... ...reparierten Sicherheitstüren. Die Sicherheitsstufe des Spielers wird auf der... ...Fastwatch festgehalten. Danke! What the... Fuck! ...is er tot? What the hell? It's past your bedtime. You must be punished. 99. Holy... Gregory, I do not know what you did, but the lights are out in the daycare. You need to find the emergency backup generators and turn them on. They are in the play structures. I do not know what you did, but the lights are out in the daycare. I do not know what you did, but the lights are out in the daycare. You need to find the emergency backup generators and turn them on. They are in the play structures. They are in the daycare. I do not know what you did, but the lights are out in the daycare. You must be found. You must be found. I do not know what you did, but the lights are out in the daycare. I do not know what you did, but the lights are out in the daycare. The children must be found. Alter, wie willst du dich denn vor dem verstecken? Der klebt mir an den Hacken. Okay. Ich glaube, ich bin den los. Shit, hier komme ich nicht mehr raus. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen Generatoren sind. So, warte mal. Das war der Start. Muss hier drüben hin. Schnell! Okay. Der ist richtig geil darauf, Kinder zu bestrafen, ne? Das ist sein Ding. Also hier ist nichts. Kann ich hier raus? Ne, leider nicht. Okay, warte. Hier bin ich reingekommen, ja? Hier geht's raus. Alter, wo bist du, du unheimlicher Mond, Mann? Oh, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er! Nein, 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 nein! Okay, ich muss unbedingt da hinten hin. Der ist halt super schnell. Hier waren wir noch nicht. Okay, hier mal hoch. Ist hier irgendwo ein Generator? Hier ist kein scheiß Generator. Das war laut. Wie ist denn jetzt? Oh, nein. Oh, nein, ich bin tief drin im Bällebad. Ist hier irgendwo ein Generator? Alter, wo bist du, Mond? Ich habe erst einen gefunden. Einen von fünf. Yo. Aber ich denke, in den Strukturen bin ich relativ sicher. Oh nein, hier geht's, glaube ich, wieder nur ins Bällebad, ne? Okay, keiner ist beim Turm. Aber schaut mal, hier geht's irgendwie nach oben. Wo geht's hier oben auch noch hin? Ist hier ein Generator? Alter, da hinten hängt er rum. Er schwimmt hier. Ich glaube, da oben sehe ich einen Generator. Ich müsste zu dieser Rutsche. Okay, ich muss irgendwie da hinten zu dieser dämlichen Rutsche. Was haben wir hier? Keine Energie. Ah, schnell hier hoch! Bam! Weiterer Generator läuft. Boah, diese Anspannung. Der Mondmann ist ja ein wahrer Albtraum. Okay, wo noch? Wo könnte noch einer sein? Ich meine, mir fehlen noch drei Generatoren. Ich blicke hier auch nicht durch, die Rutsche. Komm ich hier rüber? Okay, hier kann er nicht hin. Ich glaube, hier kann er nicht hin. Alles klar, wo wäre denn noch ein Generator? Oh! Ey, pack deine Finger da weg. Guck mal, hier ist auch noch ein Kabel. Du musst die Kabel finden und denen quasi folgen. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Irgendwie muss ich hier drüben rein. Gehen wir mal hier in die Röhre. Jetzt bin ich hier oben. Also hier könnte noch ein Generator irgendwo sein. Eventuell vielleicht. Ich habe auf jeden Fall hier noch ein bisschen Kabelsalat gefunden. Ja, die Kinder müssen bestraft werden. Wir haben es verstanden. Da ist einer. Wie komme ich da hin? Durch die Rutsche hier. Wie komme ich da hin? Kommen wir nochmal hier hin? Nee, 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 nee. Das funktioniert nicht. Muss da nochmal irgendwie... Muss da irgendwie rüber. Muss da irgendwie rüber. Die Frage ist nur... Wie stellen wir es an? Also, hier geht es raus. Hier geht es hoch. Hier ist der Generator. Kann ich nicht da irgendwie... Nee, das ist geschlossen. Ich dachte, das wäre ein Durchgang. Nee, der einzige Weg ist... Diese Rutsche hier. Ist nur die Frage, wie komme ich da hin? Da oben. Komme ich da oben drauf? Mal hier lang gehen. Ich höre den Generator. Ich höre ihn brummen. Das ist der hier. Alter, das ist so ein Labyrinth. Wer hat sich das denn ausgedacht? Mir geht auch langsam der Saft aus. Warte, ist das jetzt hier der Weg? Jetzt bin ich hier drin. Jetzt bin ich wieder unten. Ich komme hier nie wieder raus. In so einem Bällebad kann man sterben. Da ist der Generator. Wieder bei dem Alten. Verflucht. Wo führt der hier hin? Okay, wir müssen zurück an die Station. Komm schon, komm schon, komm schon. So, Mondmann. Rennt hier rum. Alright. Bin ich nochmal hier in der Röhre. Jetzt bin ich hier oben. Wait, kann es das sein? Is this the way? Ich werde das niemals... Das ist der hier. Das ist irre. Ach, ich glaube, ich habe es. Ne. Jetzt bin ich wieder bei dem anderen. Der ist eine Etage unter mir. Okay, nochmal hier rein. Mal hier rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe es wirklich geschafft. So. Drei Generatoren. Wir haben drei Generatoren. Oh mein Gott. Oh Gott. Leck mich. Spring. Oh mein. Ich habe mich beinahe eingeschissen. Alter. Ja, okay. Der ist mad. Oh, wenn ich sterbe, ist alles wieder... Ich wüsste auch nicht mehr den Weg. Ganz ehrlich. Ich sage es euch, wie es ist. Ich glaube, da drüben ist eins. Komm, 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 komm. Jetzt sagt mir nicht, der kann hier rein. Oh Gott. Okay, Freund. Ich habe ewig gesucht, aber ich... Ich glaube, ich weiß, wo der letzte ist. Und zwar genau da, wo er rumrennt. Aber ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommt. Hier. 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 Irgendwo hier. Oh, hier drüben in der Ecke. Uff. Oh, ich habe es geschafft. Es war ein Albtraum. Alter, das war wirklich ein Albtraum. Ich will da rein. Ja, ja. Ja, ich will da rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott Ich hab nicht gespeichert Roxy Oh, kann ich mich in so einem Mülleimer verstecken? Ne, gibt's irgendwo was zum speichern? Doppelnö Lass mich rein Oh Alter Roxy ist irgendwie heiß, ne? Ich weiß auch nicht warum, ich find Roxy irgendwie scharf Ich kranker Psycho Was haben wir hier? Zeit im Auge behalten Am Ende jeder Stunde musst du in eine Ladestation Sonst wirst du geschnappt Stationen sind auf der FAST-Karte markiert Alright Wann, was ist mit dem Mondmann hier drüben? Okay, okay, ich brauch eine Ladestation und ich muss speichern Kann ich irgendwo speichern hier? Hier geht's zur Lobby Was ist das hier? Geburtstagszeug jede Menge Wann, ich kann aus ihm raus, ne? Dann kann ich auch hier was looten Ich hab ne Figur, yay! Alter, was war das denn? Warum? Warum? Warum bin ich jetzt Game Over? Oh shit, und ich lande nochmal hier Alles klar Freunde Ich dreh durch Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen und Tschö!